Interessant, da da jetzt noch einen Teil fehlt. Gestern habe ich da noch etwas anderes zusätzlich gesehen und es wurde davon erwähnt, dass diese Person hier auch ein großer Teil daran war, dass er mit seinem Buch, er selbst hat auch ein Buch geschrieben, dazu beigetragen hat. Hier gibt es einige Informationen dazu. Und er selbst hat aktuell da eine interessante Thematik, die er da erstellt hat, anbietet. Und ja, da lässt sich von ihm sehr viel lernen. Also nutze die Möglichkeit, die Erkenntnisse und ohne sein Kurs, welcher er angeboten hat bereits, sein Affiliate-Kurs, würde ich sehr wahrscheinlich ihm gar nicht folgen und kenne diese Zusammenhänge so gar nicht. Also das ist das neue Wissen, welches existiert und genutzt werden kann und natürlich auch sollte, was er da veröffentlicht. Und ja, also es ist interessant, einfach so lernen zu können. Im Sinne, Tschürgen. Tschürgen.